Hi, ich bin der Herr Oppa und wir befinden uns hier vor dem LSB-Bereich. LSB steht für Lernen, Spielen und Betreuen und genau das, was auch hier passiert. Hier wird gemeinsam gelernt, hier wird gemeinsam gespielt und hier wird man immer von jemandem aus unserem Team betreut. Und heute zeigen wir euch mal, was bei uns so passiert. Was mir an der Betreuung sehr gut gefällt. Man kann sehr oft rausgehen mit den Betreuern, man spielt eins, zwei, drei frei, Verstecken, Stocktanz, aber man kann natürlich auch drinnen basteln und weitere Sachen. Der LSB-Bereich umfasst einen Außen- und Innenbereich mit zahlreichen Spielmitteln und Flächen. Zudem liegt dem Angebot ein umfassendes pädagogisches Konzept zugrunde, das auf der Website der Ernst-Reuter-Schule einsehbar ist. Jegliche Schwerpunkte, Workshops und Angebote werden halbjährlich innerhalb des LSB-Teams aufgestellt und miteinander koordiniert. Unsere Betreuungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 12.30 bis 16.15 Uhr und freitags von 12.30 bis 15.25 Uhr. Außerdem kann das Angebot auch im Rahmen der Frühbetreuung täglich von 7.20 bis 8.05 Uhr genutzt werden. Vor 7.20 können sich Schülerinnen und Schüler in der Cafeteria aufhalten. Pandemiebedingt ist das LSB-Betreuungsangebot derzeit auf die Jahrgangsstufen 5 und 6 beschränkt, um die Schülerinnen und Schüler in räumlich getrennten Kleingruppen betreuen zu können. Die Betreuer helfen uns immer und sie spielen noch mit uns und gehen mit uns auch immer raus. Und das finde ich cool.